Ben Schmied schaut aus wie ein Penis mit Schlitzern. Erika Radcliffe schaut aus wie Bois Waldo im Thailand-Urlaub. Ben Schmied hat Philosophie studiert, er ist sowas wie der Sokrates vor Dummies. Ach verdumme, ach so, okay. Okay, verstanden, verstanden. Ich find's immer irritierend mit Erika zu reden, weil ich weiß nicht genau was ich bei dir bestellen soll. Was soll ich bestellen? Was? Sushi-Rolle oder Wiener Schnitzel? Was? Was? Oder ein Blowjob, ich weiß es nicht. Ben Schmied ist ein typischer Bro. Nach dem Sex sagt er immer Nice! Fissbar! Und danach bringt sich die Frau um. What? What? Ich bin entfört Erika, warum hat's bei dir nicht funktioniert? Nein, ich würde nie mit Erika schlafen, weil wenn du Sex mit Erika hattest, dann läufst du durch die Straßen und lauter Katzen kommen und schnüffeln an deinem Schritt. Was? Das ist mega nervig. Das riecht immer auf den Tisch oder so, aber ich weiß nicht. Irgendwas ist da nicht. Ich weiß nicht. Irgendwas ist da nicht. Ich weiß nicht in Ordnung. Oh, Fisch. Okay. Ben Schmied schaut so aus, als wurde er sehr lange gestillt. Deshalb sind seine Zähne so weiß und wenn er Brüste sieht, kriegt er immer Durst. Ja, das kann dir ja nicht passieren, Erika, oder? Nee, wirklich nix. Ich seh nicht. Ich brauch nix zu trennen vorne. Wir geht jetzt echt gut. Vorne nix, hinten nix. Alles gut. Ey, wusstet ihr, und das ist wirklich wahr, Erika ist auch Feministin. Ist doch so, oder? Alle sind Feministen. Ja genau, so ein Zeug sagt ihr die ganze Zeit. Mega politisch, alle sind Feministen, ja klar. Ich weiß auch nicht. Aber das heißt einfach nur, dass sie Feminist ist, das heißt einfach nur, sie kastriert den Hund, bevor sie ihn Bock andünstet. Auf jeden Fall, Ben Schmied hat einen sehr großen Penis angeblich. Jedes Mal, wenn er sich einen runterholt, kommt er sich selbst ins Gesicht. Ja, das ist voll nervig, ich weiß auch nicht. So krass, Alter. Es nervt mega Leute, sorry. Es ist echt hart. Danke, dass du mitfühlst, ja Erika. Das ist echt gut, das ist echt gut. Ey, ich muss auch sagen, das erste Mal, als ich dich gesehen hab, hab ich, wie gesagt, Alter. Ich hab echt einen Ständer gekriegt, als ich das erste Mal Erika gesehen hab. Ja, Problem ist, der war auch schnell wieder weg, weil ich hab gesehen, sie hat ja auch einen. Ja, das stimmt, ich hab im Penis. Überraschung. War's das? Ja, das war's. Alles klar, merkst du, merkst du. Hey, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns ein Like da, abonnier uns, ich würde mich sehr freuen. Wenn's dir nicht gefallen hat, dann verpiss dich. Spaß, Spaß. Ich liebe dich, ich liebe dich. Ich hasse dich. Ich liebe dich. Nein, ich liebe dich. Abonnier uns. Du Wichser. Ich liebe dich. Abonnier uns. Hau ab. Abonnier uns. Verpiss dich. Spaß, Spaß. Ich liebe dich. Abonnier uns. Ich liebe dich.